Dann kam der Tag, als ich echt scheiße baute. Ich wollte nur einen Weg nach Hause finden. Aber ich hab diese Freaks genau zu unserer Haustür geführt. Und dann ging die Scheiße richtig den Bach runter. Du bringst sie her. Du machst sie wieder weg. Tut mir leid. Hilfe! Jo, wir machen weiter. Gut. Okay, ich muss mal abchecken. Oh, nee, doch nicht. Ich lasse nie eine Aufgabe unverendet. Und jetzt, äh... Und dann wenn sie... Netter Versuch. Komm schon, strengt euch in den Sand. Hop-Check. Tin. Dem hier. Ich hab' dich verzogen. Was? So nicht. Ganz und gar nicht. Ist doch gut. Oh, mach' hier mit der Wasseraufbereitungsanlage. Was ist hier los? Die Welle ist hier. Warte, ob die Wälder vor... Geht es hier so? Anderer Seite. Moment mal. Da ist jemand. Da ist jemand. Leute. Ach, da ist der Superman dann auch noch. Ach, das wird aber nichts werden für mein... Talent hier. Ich hab' mich. Oh. Woh. Oh. Das hat's bestimmt gemeint. Sieh. Automatik Schaden, na guck Saucht hier Was wir hier erleben, du Gotswold? Ich schau dir das Wow, 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 wow Verdammt, hey Verdammt Also nochmal, weil ich so schön war Und gucken Wir gucken mal ab, was da auch Also irgendwie müssen wir das jetzt hier meistern Wo du hin Wo, 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 wo Was hier Wird aber hier nix Hier müsste ich vielleicht mit meinen Ähm Daher Das wird hier gar nix Guck mal dann Guck mal, wie hat man denn die Waffen hier Äh Guck mal, wie hat man denn die Waffen hier Hier Guck mal, wie hat man das Oh, wo war das Guck mal, wie hat man das Halt im Eimer Hättest kurz vergessen hier Da muss ich mit was Stärkeren kommen Bitte Ich bin Zurück Das sag ich mal Hier 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 oben No Sorry Ok Wie wordt's land Kannste vergessen, glaub ich, ne? So, okay, wir können doch jetzt noch mal hier den Schwott ausleeren. Ach, okay. Da hatte ich aber auch nicht mehr viel. Oh, Mann, oh Mann, was weiß ich. Hey. Hey. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Na ja, was willst du machen, ne? Ich hab aber halt nur einen Pussionskern noch. So, wie geht. Weichern. Aber halt aus. Entweder oder, 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 flop. So, beim linken Arm ist er kaputt, oder was? Also, anders als die anderen, warte mal. Die. Irgendwas hier, also, hab ich nicht. Gehen könnt ihr es mal. Ich mach mal. Helm bleiben wir es? Ach nicht. Ja. Oh, ne? Vier. Mal auch mal machen, ne? Was, äh, ähm, was gebracht. Ich glaub, er scheint schon da zu sein. Ich denk... Helm, ne? weil b vor den helmen mit so gibt es nur Ah, kann ich aber. Ach, hier B. Ein bisschen mehr. Ähm, hier vorn? Kann man hier lang was halten, ne? Perfekt. Goodbye. Juh, da haben wir auf alle Fälle hier mehr Gesundheit. Kann bei dem Band denn noch irgendwas passieren? Hier vorn. Ja, wir machen ein bisschen was an dem... ...Jörger Bastl, ne? Arrasch. Warte aber. Da haben wir hier. Ja. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Ja. Oh, goh. Oh. Was? Oh, was denn... ...Ahh, was denn da? Ja. Bies. Was ist das? irgendwie ach du scheiße funktioniert ich trage so viel regnet es nicht aber schon zu viel dort ziehen 100 ich habe eben auch noch gar nicht sie haben sie das ist das ist das ist das ist das ist das ist Wende mal. Ich dachte nicht so, wie es laufen soll. Vielleicht doch mal nicht sterben. Ach, sei. Ich sterben da. Nein. Wegverleih. Ja, das wird es wohl sein. Aber ich gucke mal schnell. Ja. Danke. Vielen Dank. 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 Don, you're that lavish. Don't... Ding. Ding. ... ... ... muss man halt probieren ok speichern weitermachen ich denke mal sterben darfst du nicht das halt ich mal da halt wenn man vielleicht eingehen müsste ich habe mir scheinemal so als m ja nie außer an nein ist um ist das der hier nur um wenig er kann nur ach jetzt sie ist er kann weniger dauern das was auch nicht so machen wir können immer gut wie das ist und bei dem robot geht es nicht Schade, also warte mal Schade, also steig ich mal raus hier Noch was raus lernen, oder? So, also mal schnell geguckt hier, was haben wir da? Das kann aber nicht sein, also wenn ich dann umsetze in das Ding, dann ist es... Nein... Laden... Ah... Nein... Ich glaub, da gibt's auch so einen Mod Das ist schon ein Mod oder irgend so was, aber... Nicht... So... Mann, oh Mann, oh Mann So ein Mist Echt doch erst was ausleeren, wa? Ach, na, jetzt noch aus! ... ... ... ... ... 300 Platz. Platz? So, ich hatte doch mehr, Mike. Shit, was? Shit, was? Shit, was? So, jetzt. Aber, ja, gut. Stöhnt jetzt. Mal halt dann hin und wieder her. Wir können ja mal gucken, was was da muss. Da muss ich echt mal gucken. Da noch etwas anderes gibt. Hm, das ist schon ein bisschen... Ja, ich darf mich schon nicht fragen. Klasse! Na, jetzt! Kann es ja losgehen. Ja, jetzt kann ich losgehen. Pff, jetzt kannst du... ...lein zu lange gedauern hat. Aber jetzt geht's los. So, ach, hier. Wo sind wir schon? Ach, hab ich durch die ganz tolle Waffe? Seh ich gerade. Ah, eine ganz tolle Waffe, Leute. Was ist das? Scheiße. Oh, Mann, wir brauchen doch hier die Minigun. Aber die... Schaden, ne? Wann hier noch hübsch ist? Nummer eins. Das hier. Scheiße. ein bisschen kaputt Mh, das ist ein Damm, oder? Hast du nur so ein Eimer? Ein ist kaputt. Schlecht, hey. Ach, jetzt ist Mist, sehe ich gerade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alles nix wahres hier, was ich habe, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war's für heute. Wir wollen aber da rüben eigentlich killen, ne Leute? Was wollen? Warte mal, ich muss hier irgendwo durch. Warte, was ist das? Schüsse aus dem Hinterhalt, was? Weiblinge, weg! Dafür du bist zack! Das ist raus, da ist voll wieder. Ist das ein Gewicht, oder was? Ja, jetzt haben wir noch ein Gewicht, okay. Kommen wir jetzt, oder was? Ja, am Eimer, okay. Ist da irgendwo einer? Ja. Nimm mal. Kommen wir hin, das kriegen wir hin, hier leider. Was haben wir hier unten? Ah, hier unten ist er irgendwo. Das versteckt der Flicker. Nimm mal. Oh, das haben wir. Haben wir jetzt alle hier erwischt, oder was? Oh, ich hab, ich hab. Ich hoffe, ich hab ihn erwischt hier. Was los? Was? Aus, auf der Karte? Karte ist hier. Ich werde wahrscheinlich mal rein, hier. Oh, kurz mal. Entschuldigung. Ich wollte hier nicht auf die Füße treten. Irgendwas hier drinnen ist. Oh, ich hoffe, das fällt ein Ende hier. Ja, weil ich, missionskerzenmäßig, hab ich echt nur noch den, den ich jetzt nicht mehr habe. Wo war's das jetzt? Weiß. Ja. Ich wollte alle das scheiß Ding. Wir können ja auch erstmal hier, ähm, zurück wandern und gucken wir mal. Erstmal. Was ist hier los? Also hier hause ist momentan keiner mehr. Da können wir erstmal nach hause, sag ich mal. Dann gucken wir mal. Guck mal. Guck mal. Dass wir, ähm, ja die Ding reparieren und so ein kleines Infusionskern, naja gut, da muss ich aufladen. Oder wie? Die würde ein geben. Dieser Geschmache. Sag ich mit diesen. Guck mal, kein Platz hat in der Tasche hier. Perfekt. So, okay. Wollen wir mal, äh, reparieren. Was ist das denn? Was ist das denn? Mal alles reparieren machen, ne? Ich möchte beides komplett einmal hier. Ne? Oder was? Oder wie? Ist das abgefallen oder was? Ein rechtes Bein mehr? Jetzt so. Was ist denn gewesen, das Bein? Ha! Komisch. Schaust. 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 Tein. Schaust. Schaust. He. Das ist ganz. Meine Güte. Hey. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier, ähm... Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleider trinken sehen. Okay. da hat mich aber hier echt oder zur fix was anders geben ich mal oder dass ich denke man aber stirbst weg war halt was wir schön vorladen gegen absuchen dann kann man ja auslernen und dann halt im volumen passwort effekte guckmann wie schnell das also das wasser das schön schön aber man muss es eingeben gut perfekt jetzt ist es auf alle viele dunkel wir können uns ja kurz aufs ohr irgendwo hauen dann warte ich denn hier ist jetzt eine stunde wenn wir hier noch mal zurück zu dieser anlage und in die monster oder sind also diese momentanen ja pechter mit hin und herren hast du ja gesagt die ersten großen haben ja doch schon mal gut gekillt noch mal gucken was aufsammeln wo kommen raketenwerber ja ich habe hier ein raketenwerber stell dir vor wo ist denn der das ist will ich auch nicht schlecht habe ich da ja ja da ja ist nix drin was haben oder das ist nicht blöd na egal ist so also ist mal erst nach munition für raketenwerber finden nicht so schön ne sag ich schon mal so aber gut und wir haben ein neues level 10 dann halt jetzt auch nicht die waren am stil auch schön jetzt mitgenommen wir wollen kurz schauen kann auch sein dass ich hier noch was aber ich würde sagen das lassen wir erst mal ich weiß nicht ob das ski dann wieder funktioniert immer alles mit was mitzunehmen ist gut perfekt das war jetzt aber nicht gut also da war eine volle okay das haben wir gesehen jetzt müssen wir noch mal dahin ob es nicht alles macht hey wir haben eine schunde klappen jawohl alles wieder hin alles halt noch mal was soll da geil nicht ja 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 das ist ja 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 hallo da hast du was gefunden da haben wir was gefunden perfekt ok leider ist er leer aber gut das soll nicht das problem sein gleich mal speichern ja das ist nett jedes mal wieder dann äh zurück wissen wir doch wieder diese äh bombe da aus versehen also übersehen sag ich mal ich frage oder was ist eben nach entschärfen oh guck hin da hättest du wahrscheinlich auch wieder ne luftflogen hier irgendwas darf alles acht geben ja leider das ist ja echt oh na guck mal ziehen jawoll öfter speichern denke ich mal vielleicht ja dann sicherer so jetzt gucken wir mal war das jetzt hier entschärfen wow hammer beschärfen haben wir gemacht perfekt ok ist das echt ne tolle bombe oder du ja was sagen also das haut ja echt rein wie die dinger einkaufsworgen reingesteckt so was ne noch haben wir keine munition für unser tolle waffe gefunden aber wir sind auf der spure achso ja die 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 schulden perfekt so so war hier noch hübsches das ist noch mal gucken dass wir zu diesen anderen moment wo war er dann war ich die verschossen das war doch hier unten ich schreien irgendwo dahinten ich glaube ich drauf dann war das hier die hier kurz vor das perfekt in hamburg aus die brühe hier in diese anlage irgendwie auszusehen luft fliegen ja weiß ja nie dann niemanden vertrauen an war das war jetzt hier rein in die Anlage. Ich will doch mal speichern, bevor wir hier reingehen, sage ich mal so. Weil man weiß ja nie, was mich da hin erwartet. So, jetzt schauen wir mal, wenn wir uns hier umspannt, wenn wir alles finden werden. Komm, eine Muido hier vorne oder irgendwas? So, okay, dann schauen wir mal. Ah, jetzt wird gehamstet. Ah, jetzt wird gehamstet. Ah, wie mein, oder was? Genau. Noch sehe ich keinen, aber man weiß ja nicht. Ich will den noch finden werden. Das stimmt. Ich weiß noch lieber nochmal. Da hast du recht. Irgendwas katscht aber hier, gell? Weil ich so... Gut. Ja, was haben wir hier am WC? Jawoll. Hi, Westen, Madison Link, Kundendienstbereich. Beobststellung. Also erstmal mit. Okay. 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 Ah, ja. Hier ist eine Stellung hier. Jawoll. Perfekt. Okay, machen wir nicht, ne? Auch Hologon lorden. Okay. Perfekt. Dann lassen. Das passt. Gut. Das Wasser nehmen wir noch ein bisschen mit. Ich mein, komm. Das hat man hier, ne? Ach, jetzt hab ich das wieder eingeklickt. Gut. Gut, kurz, Wolf. Gehen wir weiter. Das wäre dann... Ja, hier, ne? Oh, hier rein. Okay. Portapelchips ist ja nice. Das ist ja wohl nice, oder? Portapelchips gefunden. Wow. Perfekt. So. Was? Wir hören mal irgendwas. Oh, hier. Sie haben es. So. Bisschen Licht gemacht hier. Was haben wir hier hübsches? Perfekt. So. Wir hören. Oh, was wird hier leider? Oh, was wird hier leider? Das ist kaputt. Oh, perfekt. Ja. Ja. Grin. Baddies. Baddies. S-Cylinder. Jawoll. Das haben wir ja nicht, ne? Oh, das war ein kleines Lager. Ja. 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 Genau. Aufs Dach. Aufs Dach. Das soll ich ja eigentlich prüfen, warum das hier nicht geht, ne? wir können ja mal hochkommen dann können wir ja doch mal ein vielleicht geht es ja noch mal gucken scheint momentan hier keiner mehr zu sein ich glaube nicht dass ich das schloss knacken kann ja mal gucken ob wir das hinkriegen hier haben wir ja also Ach, das ist so schnell. Achso. Siebsteuerung. Vielleicht geht das Sieb hier auf. Was denn? Jawoll. Auf. Echt hier so schön. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Wirklich ja. Okay. Ja, wartet. Aber okay. Ja, das macht nix. Kein Problem. Meist ja doch. Nimm's Schrott. Nehm alles mit, was wir nehmen. Perfekt. So, was haben wir denn überhaupt? So, ne? Ja, ne? So, so. Gut, dann machen wir weiter. War mal auf dem Dach gewesen. Ist auch, glaub ich, gar nix mehr auf dem Dach. Wenn ich jetzt hier so sehen darf. Dann gehen wir wieder runter und gucken mal, dass wir diesen Aufzug benutzen. Warte mal, hier ist auch noch ein Treppchen. Eigentlich bis runter. Okay, man ist hier nicht. Geh mir da rein. Vielleicht kann man ja doch noch was machen. So, ist jetzt schön. Das ist nur noch. Abgeschlossen da. Guck mal. Noch trotzdem mal kurz einen Cut. Okay. Okay. Ciao. Ciao. worth Vielen Dank.